In diesem Video geht es um die besten Beschriftungsgeräte. Der Qualitätssieger in unserem Beschriftungsgerät-Test geht an das Dymo Letra Tag LT100H. Der kleine, schlichte und handliche Letra Tag 100H ist leicht zu transportieren und das ideale Beschriftungsgerät für zu Hause, im Büro, im Garten oder sonstige Projekte. Er druckt auf eine Vielzahl farbiger Etiketten und verfügt über beliebte Funktionen, wie verschiedene Schrifttaten, Unterstreichungen, Fettdruck, verstellbare Schriftgrößen und vieles mehr. Dymo Letra Tag Etiketten sind als praktische Kassetten verpackt, die sich leicht in das Gerät einlegen lassen. Die Rückseite lässt sich leicht abziehen und sie können auf verschiedenen Oberflächen angebracht werden. Organisieren Sie Reinigungsutensilien, Schränke, Kosmetika und mehr. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Dymo Label Manager 160. Der flexible Dymo Label Manager 160 ist ausgestattet mit einer Vielzahl von individuellen Gestaltungsfunktionen für Etiketten einschließlich sechs enthaltenen Schriftgrößen, acht Textstile, vier Rahmen und einer integrierten Sammlung mit mehr als 200 Symbolen und Clipart-Bildern. Der Dymo Label Manager 160 ist kompatibel mit den wasserfesten Dymo D1 und IND-Etiketten in sechs, 9 und 12 mm Breite die perfekte Breite für jede Situation. Dymo bietet Ihnen eine große Auswahl an D1 Etikettentext und Hintergrundfarben. So haben Sie unendliche Farbcodierungs- und Organisationsmöglichkeiten. Drucken Sie ganz leicht die bearbeiteten Inhalte des jeweils letzten Etiketts aus, ohne diese erneut eingeben oder Text und Grafiken neu formatieren zu müssen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Beschriftungsgerät-Test ist der Dymo Letra Tag LT100T. Letra Tag 100T ist kompakt, tragbar und leicht zu bedienen, ideal für die Verwendung zu Hause. Mit Hilfe der Menütasten erhalten Sie schnellen Zugang zu erweiterten Funktionen wie mehrere Schriftstile, Textanpassung, Datumsstempel und vieles mehr. Seine QWER-TZ-Tastatur macht das Eingeben der Daten zum Kinderspiel und über sein grafisches Display können Sie die Texteffekte auf dem Bildschirm vor dem Druck anzeigen. Darüber hinaus sind die LT-Etiketten, die das Gerät erstellt, in einer Vielzahl von Farben und Materialien verfügbar, so dass Sie Ihre Etiketten an Ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassen können. Ordner und Hefter DYMO-Produkte helfen Ihnen dabei, sich mit Leichtigkeit zu organisieren. Organisation zu Hause DYMO-Etiketten helfen dabei, das Haushaltsbudget, den Frühjahrsputz, den Umzug und viele andere denkwürdige Momente in Ihrem Leben zu einem Traum zu machen. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.